hier haben wir mal ein meines erachtens absolutes sahnestück an oder für eine axt hier ist ein wetzstahl dabei das ist im übrigen die unna akazu in braun einmal der wetzstahl in einer schönen lederscheide hier noch mal so ein bisschen paperkram unten liegt noch ein halbes schwein auf toast wildschwein sein aber die axt ist mal wirklich sahne muss jetzt vielleicht mal ein bisschen poliert sein werden aber ist ja nicht das problem an der geschichte denke ich mal also liegt wirklich richtig schön in der hand made in schweden das ganze dieses holz ist einfach nur geil da gibt es nichts mit verschiedenen griffen und passend dazu gibt es hier halt noch die wirklich gut verarbeitete lederscheide etwas teuer aber man bekommt definitiv was für sein geld so 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 Vielen Dank.